hallo freunde und ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge watchdogs 2 ja gestern haben wir ja einfach mal so beendet als uns die polizei verfolgt hat ja wie ihr seht tun sie das immer noch wir werden jetzt mal versuchen die irgendwie abzuschütteln ich gebe den zwar nicht groß eine chance aber vielleicht haben wir ja glück dass wir die loswerden ja die im boot ist ja erstmal hallo cool ich kann die halt unter dem unter der brücke wahrscheinlich nicht abschütteln ich die abgeschütteln ja bleib ich mal hier vielleicht habe ich glück leicht habe ich glück ich weiß nicht warum das spiel heute immer zu abstürzt ist schon wieder abgestürzt gibt es doch gar nicht scheiße ach leute es ist doch scheiße schon zum zweiten mal jetzt einfach weggeranzt verstehe nicht warum hat sonst immer wunderbar funktioniert gibt es doch gar nicht los ach man weitemal heute schon das direkt am anfang der folge ja ja ich weiß ich kann und scheiß das ist jetzt hier noch öfters passiert dann muss ich erstmal gucken woran sonst wie gesagt nie probleme so ok dann machen wir jetzt mal die mission ohne leute tot zu fahren ja glaube ich besser ansonsten werden wir die ganzen poli schischen wir nicht los oh ne mal dein auto ich bin auf der straße Was macht der denn? Idiot. Woher muss ich hin? Äh, äh, äh. Komm mal. Wenn der wieder kommt. Ach, die Danzen da. Deswegen, da sollte ich hinkommen. Ja, stimmt. Da war ja was. Hey, Markus. Probier mal Roxanne auf Tang war. Das ist selbisch. Hey, Sitara. Bring das mal auf den Schirm, Josh. Ist von Miranda. Ihr werdet verfolgt. Ein Freund von mir schickt euch das unter großem Risiko. Passt auf euch auf, ihr seid im Visier. Visier? Was? Das sind wir voll. Das sind wir. Fuck, genau jetzt. Seht euch das an. Jemand beobachtet uns. Direkt von draußen. Hey, hey, hey. Verdammte Scheiße. Okay, dann machen wir den Scheißer platt. Hey, ganz cool, Mann. Schleicht euch raus. Ich gehe vorne raus und sehe nach, ob ich eine Spur finde. Wir gehen vorne raus und versuchen eine Spur zu finden. Mal Muppet her, hier. Was machen sie hier? Zurück. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir was du kannst. Was ist denn? Was ist denn? Äh. Was? Ne. Jetzt gibt's Krieg. Ich glaube, ihr seht euch nicht, ihr kleinen Pisser. Na, warte. Alter. Jetzt knallt's. Wie war denn das? Wie konnte ich hier nochmal Waffe wechseln? So. Jetzt knallt's hier vorne richtig. Auf Schloss Bumms klappern die Nüsse. Tja. So. Okay, könnte ich ja erstmal die andere nehmen. Die da. Scheiße. Irgendwie sind die Verbrecher, Alter? Das wird wieder nüscht, Alter. Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkerall. Nee. Das wird nicht. Sägt der, das ist schneller. Oh shit. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hack? Nee. Da jagen die diese fucking Karre in die Luft. Okay. So geht's nicht. Toll. Okay, Krieg ist nicht. Ähm. Auf jeden Fall die Knarre. Und das Spiel hat sich wieder wendet. Ich bin gerade tierisch angepisst. Warum denn? Verstehe ich nicht. Okay. Nach der Folge muss ich erstmal Pause machen. Muss erstmal gucken, woran das liegt. Ich hab nämlich keine Ahnung. Das geht mir tierisch auf den Sack. Wir wissen, warum ich mich auf einmal die ganze Zeit abschmiert hier. Arsch. Hä. So. Auf ein neues. Ach manne. An der Waffe wird's ja wohl nicht liegen, oder? Irgendwie ein Bug ist oder so. Kann ich mir vorstellen. Ähm. Ich muss auf jeden Fall da Daten hochladen. Sprich, ich kann da nicht einfach wie ein Wilder rein. Das Problem ist, ich kann die auch nicht einfach, ähm. Ausschalten. Was ich gerne hätte. Mann, wie viele das sind. Gehen Sie woanders hin. Geh ich. Mann. Das ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann. Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Wo finde ich hier Deckung? Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Zufall alle Englisch. Okay. Vernichtigen einfach. Die Erde seinen Vorfall. Wir haben einen Verwalt. Wir müssen vernichtigen. Das ist halt behindert. Wie, wie, wie soll ich das denn machen? Das ist komplett behindert. Du, du, ich schalte ein aus und der andere ruft halt sofort die Bullen. Dabei sind die die Verbrecher. Das gibt's doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Ich bin schon wieder zu hoch. Wie soll ich die Pisser denn ausschalten? Die stehen so nah beieinander, dass ich die nicht mal ausschalten kann. Das ist alles voll. Oder soll ich denn das Auto einsteigen und mich damit verpissen? Geht mir auf den Sack. Ich logg die jetzt rum. Oh, das ist scheiß Knarre. Ne. Ey, 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 ey. Jetzt reicht's mir hin. Jetzt brumm ich da einfach rein. Klau die Karre und hau damit ab. Scheiß egal, was hier. Gibt's doch gar nicht, Mann. Steht hier noch das Moped? Ne. Fuck you, ey. Ich klau jetzt einfach die Karre. Steigt da ein, hau damit ab. Warum denn? Es ist schon wieder tot. Ach, Mann, ey. Wenn ich jetzt nicht schon viel, so viel von der Mission gemacht hätte, hätte ich erst mal geguckt. Aber irgendwie muss ich die Folge jetzt noch voll kriegen. Es tut mir leid. Ich bin schon wieder gerade tierisch genervt. Nervt. Ich traf's nicht, warum das Spiel einfach abstürzt. PC neu starten hier noch. Kannst du mir nicht anders erklären. Es ist nicht so recht, was hier los ist. Zeig mir doch nicht jedes Mal diese dämliche Fehlermeldung an, ey. Weiß es doch. Ah. Sonst nicht. Ich hab das Gefühl, seitdem ich diese Elektro-Pisswaffe nutze, kackt der mir ja ab. Deswegen werde ich die jetzt nicht mehr benutzen. Ah. Scheißegal. Ich klau jetzt denen ihre Karre. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Eine Beschreibung des Verdächtigen. Was ist denn das für ein Idiot? Sonst macht er hier Moves bis zum Gehtchmein jetzt fest, dass ich ins Gesicht, alter. Kann ich hier einsteigen? Wie es aussieht, eine Karre von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Boah, ich kann die Karre dafür nutzen. Geht doch. Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehankt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Und will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Damit haben die wohl nicht errechnet, dass ich das Auto klaue. Aber hinter mir ist das FBI. Gremst du mich nicht aus? Gremst du mich nicht aus? So ein scheiße Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Mann, was ist denn hier? Da ist doch nix. Blöde Scheiße hier. Heute klappt gar nichts. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Rinch. Absolut. Absolut. Oh. Nein. Okay, komm. Hopp oder top. Nein. Okay, ich hoffe, das klappt so. Werd voll! Na? Jetzt geht er nicht mit. Muss ich hier weg, oder was? Markus, wir sind durch. Mach ich, mach ich. Verschwinden Sie und tun Sie das nicht wieder. Verschwinden Sie und tun Sie das nicht wieder. Der Bulle sagt zu mir, verschwinden. Das ist geil. Auschwärmen, spürt ihn auf. Ich bin weg. Zieh, ja. Oh, ei, 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 ei. Nehmen wir uns mal ein Auto. Kommen Sie. Nein, nein, nein. Uu, 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 uu. Weißt du was? Ich hoffe, ich werde nicht, ich kriege nicht wieder hier einen übergeholfen, weil ich hier diese Musik laufen lasse. So, okay. Äh, okay. Okay, wir haben das auf jeden Fall, äh, geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier nochmal in das Auto-Ding. Jo. Gucken, ob wir uns nochmal ein schönes Auto rausklauen. Und ja, dann sind wir auch mit der Folge am Ende. Und dann werde ich auch einen Polsky machen. Oder zumindest mal gucken, warum mir das Spiel die ganze Zeit hat. Ja, so einen will ich haben. Ja, genau den. Natürlich so viel Geld, dass ich mir den nicht leisten kann. Sorry, Sir. Markus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet nicht, denn sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. Das Ausgang des Verdächtigen ist bekannt. Halten Sie für die Infos dran. Oh. Uu, 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 uu. Hallo, wir haben ihn aus den Ausfallungen. Hallo. Zentrale, wir haben verletzte Zivilisten. Ich riege das ganze Gebiet ab. So, und es wird wieder ein Verdächtigen sein. Uu, 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 uu. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Ja, ein Moment Zentrale. Wir drehen nochmal um. Wir machen alle in den Weg. Mein Alten ist nur, den Weg zu verdächtigen. Wieso sind die denn immer vor mir, Alter? Kakerlaken. Oh. Ist da hoch. Verdammt, er ist von der Strasse runter. Stopp den. Halte den Notfall mit Gewalt auf. Immer mit der Gewalt. Mach doch mal eine Gewalt. An alle. Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Was ist denn hier über die Straße? Donner. Hat er geklappt? Wir sind hier auf jeden Fall los. Können wir mal stehen bleiben. Die Auto, wollte ich gerade sagen. Die Karre sieht natürlich aber auch aus. Ähm. Ja. Gehen wir mal zum Juwelier da rein. Und dann würde ich sagen, wenden wir das Ganze hier auch. Obwohl, jetzt wäre es gerade wieder durch. Ich weiß nicht. Es liegt wirklich an der Knarre oder so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Nein. Hallo. Mann. Ich hab doch da nicht so doof stehen. Hallo. Alle Wertsachen verkauft? Okay. Nice. Schade. Schade. Boah, halt bloß die Klappe, Alter. Oh, bitte. Was war das? Nix. Ich bin halt auf den... Ah. Okay. Wir müssten dann da hin, aber... Gehe das Risiko jetzt mal nicht ein, da hin zu laufen, weil es Schwachsinn ist. Da ist wahrscheinlich wieder abkackt das Spiel und ich hab keinen Bock immerzu irgendwelche Blackscreens drin zu haben im Spiel. Und deswegen werde ich erstmal der Sache auf den Grund gehen. Und, äh, ja, ich sage dann mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und hoffentlich mal ohne Scheiß, Abstürze oder Fehler. Also, alles klar. Bis morgen.